Das Handy hat ja gut gesagt, das ist ja auch ein Computer. Ein Computer wie den Großen. Man kann ja alles damit machen. Und da muss ich den genauso sichern wie mein großer Computer. Da hat er ja schon eine Idee dafür, wie das geht, was man alles damit machen kann, das Leid aufzocken. Aber dann hat er das noch viel mehr gefährlich. Guck dir mal, das kann heutzutage wie ein Portemonnaie sein. Und gib dir dann einem Freunden einfach ein Portemonnaie an die Hand gehen und guck mal, mach mal etwas daraus. Los ist mit Ihrem Smartphone, die was durchzählt. Er schützt gerade so wie Ihr Computer. Mehr Informationen gehen bei BeSecure. Mehr Informationen gehen bei BeSecure. Mehr Informationen auf www.be-radio-de-tasen.de Mehr Informationen auf www.be-radio-de-tasen.de